Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Fallout 4. Und vor die Mauer, hier gibt's das Beste für den Self-Kopf. Man kann nicht wissen, was man heute haben. Das war ein echtes Spiel. Jo, äh. Ähm. Codthorff hat sich gerade mit diesem Roboter-Type hier unterhalten. Und, äh, ja, wir sind hier in Diamond City, wie versprochen, einem ehemaligen Football-Stadion, denke ich mal. Oder, ich denke, Football wird's sein, ja. Nachdem die Leute hier, die Wachmänner, alle mit so einem Football-Helden durch die Gegend laufen, glaube ich, dass es hier mal ein Football-Stadion war. Und, ja. Irgendwie was zu essen. Ja. Äh, mein Inventar. Nudelschale. Gibt's tatsächlich was zu essen? Ist ja cool. Wow, aber teuer. Ich nehm ihm trotzdem. Eins kaufe ich ihm ab. So. Dab, dad, 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 dad. Gib her. Weißt du's bist. Sind ja harte Zeiten. Danke dir. Ähm. Gut. Wir wollen eine Quest abgeben. Da wir uns letztens so gut geschlagen haben. Diamond City werden wir uns ein bisschen später genauer anschauen. Also, will ich sagen, wir gehen abgeben. Hier hin. Yep, bitte. Blutkäfer saugen ihrem Opfer nicht nur das Blut aus, sondern schießen auch häufig damit auf sie. Mit Blut, was zu verzerrter Sicht führt. Ihhh. Eklavt. So. Äh. Wir sind fertig. Bitteschön. Ihr müsst jetzt jetzt Ruhe haben. Na. Das mit dir reden. Boah, die arbeitet, ne. Hochmotiviert. Hallo. Wir müssen was unternehmen. Ja. Ich kann dir schon abgeben. Hallo. Ich hab diese Raider für euch erledigt. Geht, ja. Ja. Hallo. Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach, übrigens, wir haben nochmal geredet. Und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Sehr gut. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. So ist es. Perfekt. Äh. Haben wir das auch geschafft? Jetzt ist wahrscheinlich, ähm. Warte, ähm. Ähm. Nein. Jetzt werden wir wieder zurück müssen zu... Genau. Sanctuary. Perfekt. Also zurück zu unserem Heimatdörfchen. Bericht erstarten. Und dann können wir auch schon wieder frischfröhlich weitermachen. Jawohl. Dam-di-da. Da-da-da-da-da. Hm-hm-hm-hm. Na los, lade weiter. Ich will nicht, dass es lädt. Ja, ja. So ist das. Da-da-da-da. Da-da-da-da-da. So, ja. Perfekt. Wir sind zu Hause. Die Mama Murphy sitzt immer noch schön gemütlich in ihrem Sessel. Es freut mich, dass sie ihr so gut tut. Mit dem warmen Feuerchen davor. Nur, wo ist denn jetzt? Die Händlerin ist wieder da. Wir können ja nicht immer food was kaufen. Wo ist denn? Ja, die werden alle pennen jetzt wahrscheinlich, ne? Ich gehe mal nach Hause und gehe auch mal ein bisschen schlafen. Also hier. Eine Stunde. Zehn Stunden ist acht. Ist sieben. So, das müsste passen. Neun Stunden Schlaf. Das müsste mir erst ausreichend sein. Bam. Bam, 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 bam. Wir haben schon Mai, alter Schwede. Ich brauche ewig und 50 Jahre hier. Oh, ja. Mal die Knochen strecken. Genau. Die Gliedmauschen strecken. Alles gut. So. Die steht immer noch da. Ja. Nie gepennt, ne? Boah. Und da kommt das Rindvieh angelaufen. Alter. Langsam. Ja. Bist ihr brav. Coolimu. Wo ist denn unsere eigentlich? Futsch. So. Mama Murphy sitzt immer noch da. Du gehst weiter. Warum denkst du dir sein, Freunde? Etwa nicht. Ich hätte schon gedacht. So. Gut. Hier schläft kein Mensch mehr. Da muss ich mich draußen ein bisschen umschauen. Wo ist denn unser Kumpel? Ah, da unten wieder. Juhu. Das heißt, der müsste hier irgendwo... Ah, da drin ist er. Und macht Mittags... Äh, nein. Frühstückspause. Hm, hm. Was brauchst du, General? Servus. Potter hat sich gut hingesetzt hier. Ich hab die Raider erledigt, die die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Wie üblich hab ich noch was, um das du dich kümmern könntest. Wir können endlich an mehr als nur das Überleben denken. Wir sind so groß geworden, dass es schwierig ist, die Kommunikation mit allen Siedlungen aufrecht zu erhalten. Das ist ein schönes Problem. Und ich habe auch gleich eine Lösung dafür. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Burg zurückzuerobern. Sie war früher das Hauptquartier der Minutemen, lange vor meiner Zeit. Gut befestigt, zentral gelegen und, was am wichtigsten ist, mit einer starken Funkanlage ausgestattet, mit der wir das gesamte Commonwealth erreichen. Aha. Und was ist damit passiert? Alter, das rennt viel, ne? Das rennt schon wieder Vollgas. Was ist denn mit dieser Burg passiert, wenn sie doch so gut befestigt war? Das war lange vor meiner Zeit. Aber ich habe gehört, dass irgendeine Art Monster aus dem Meer gekommen und das Fort zerstört haben soll. Hör auf. Viele der Anführer wurden in dieser Schlacht getötet. Und ich schätze, dass niemand das Risiko eingehen wollte, die Burg zurückzuerobern. Ich habe mich immer gefragt, ob der Verlust der Funkanlage der Beginn all unserer Probleme war. Soll ich einen Stoßtrupp in die Nähe der Burg beordern? Das wäre super. Ja, bitte. Ja, machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da. Mir gefällt das Männchen da umso gut. Äh, ja. So ist gut, ne? Alter Schwere. Ja. Gott schwör auf, du kommst auch mit. Dich werden wir brauchen. Ähm, hm, gut. Da wäre es aber auch nicht so schlecht, glaube ich, wenn wir uns noch ein bisschen eintopfen und so kochen. Das heißt, ich gehe mal schauen, wie es hier mit der Farm ausschaut. Die Karote will einfach nicht, ne? Habe ich das Gefühl. Der Mais ist fertig. Die Melonen auch. Da kann man bald Melonen verkaufen. Weil das so gut läuft hier. Da hast du recht, ja. So. So. Bisschen Mais. Na, der hat. Na doch, der hat schon. Jawohl, Karötchen. Da ist Flaschenkürbis. Noch mehr Flaschenkürbis. Noch eine Karotte. Aber die da will nicht so recht, habe ich das Gefühl. Ich müsste mal einen Platz suchen für andere Karotten. Ah, so ist es. Ein Salat wäre auch gut, wenn man sowas kochen könnte, weil, ja, finde ich halt. Ja, alles gut. Äh, Getränke. Ja, hier sind wir wieder. Schau, und hier ist ein Topf. Den möchte ich gerne mal machen. Schlammbohnen. Ja, gut. Her damit. Mh, köstlich. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Wir haben Level 10 erreicht. Sehr, sehr gut. So, eine leckere Gemüsesuppe noch gekocht. Gemüsestärke können wir auch noch kochen. Her damit. Perfekt. Und ansonsten brauchen wir, glaube ich, nichts. Passt. Sehr gut. Würde ich sagen, das können wir sofortigst mal speichern. Ähm, ja. Gut. Und dann gehen wir weiter, ne? Äh, fein. Die Powerrüstung. Ja, für den Fall, dass wir sie brauchen tun. Müssen wir hier noch was abgeben? Nö, oder? Das ist nur so markiert. Boah, da drüben ist die, da drüben ist die Burg. Ja. Da haben wir ganz schön weit zum Hatschen eigentlich, ne? Ob wir da durch Diamond City gut durchkommen? Ich weiß auch nicht. Aber wir müssen so mal dahin. Diamond City ist gut. Da gehen wir mal hin. Da machen wir mal weiter. Dann werden wir schon stark genug werden, um die Minutemen da ihre Festung aus ihrer Burg zurückholen zu können. So, ja. La, 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 la. Die Wahrscheinlichkeit, also, der Voltanzug und einige andere Outfits wie leichte Kleidung und Raiderleder sind dünn genug, dass man sie unter Rüstungsteilen tragen kann. Ach so? Das muss man auch wissen. Gut, jetzt sind wir da. Haben wir denn irgendwie versteckt schon eine Quest bekommen, die ich, also wo ich nicht mitbekommen habe, dass da was geht. Tatsächlich, da ist irgendwas. Feuerunterstützung. Hör dir Militärfrequenz AF95 an. Lexington. Lexington. Bla, B-Boy mit... Äh... Jö, was zuerst, ne? Da kann man viel machen. Also es sind schon drei, vier Sachen insgesamt. Begib dich zu Pipers Büro. Das kann man machen. Die Story des Jahrhunderts. Wobei, unser Sohnemann wäre fast wichtiger, ne? Juwel des Commonwealths. Unser Bubi. Finde Informationen über Sean. Das gefällt mir vielleicht sogar besser. Wenn wir das mal machen. Also, raus da. Dann die da. Boah, es regnet, ne? Aber es ist gar... Hier ist es mal kein saurer Regen. Das ist auch interessant. Die synthetische Wahrheit. Oktober 2287. Die synthetische Wahrheit von Piper Wright. Synthetische Wahrheit, okay. Nehmen wir es mal mit. Was haben wir hier? Nochmal dasselbe. Aha, ok. Das wäre Diebstahl. Das tun wir nicht. Wir nehmen nur mit, was grün ist. Ne, was? Oh. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Synth. Nicht schießen. Um Himmels Willen. Wir sind eine Familie. Nimm die Waffe runter. Sofort. Er ist ein Synth. Er wird uns alle töten. Nein! Ok, die Show ist vorbei. Es gibt keine Synths in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure scheiß Paranoia. Alter! Was zum Teufel ist hier los? Was ist passiert? Sarkastisch, er ist jetzt tot. Du bist jetzt in Sicherheit. Was ist passiert? Ja, ist klar. Dann rauben wir inzwischen aus. Was? Ich habe nichts gemacht. Ansässiger. So, geht's wieder? Mein Gott. Kyle. Sie haben Kenny getötet, heißt das eigentlich, ne? In dem Fall Sie haben Kyle getötet. Ihr Schweine! Ist die Minute jetzt schon mal um? Ich. Ich kann nicht. Geh woanders kaufen. Alter! Halt die Klappe, du fieser Sack. Echt? Scheffi! Alles klar? Hallo. Oh, du hast dich. Der Doktor sagt, ich darf keinen Schnaps mehr trinken. Ich brauche eine Nuka Cola. Mach das Spiel! Na, dann bitte. Hier, nimm eine. Und jetzt? Geht's dir wieder gut? Äh, nein. So will ich das nicht. Du hast... Nuka Cola? Und dann bitte. Ja, bitte. Wie freut mich von Ihnen, Ma'am. So viel Großzügigkeit erlebt ihr bestimmt nicht jeden Tag. Oh. Oh, danke! Danke! Ja, bitteschön. Nix zum freuen. Achso, nix zum freuen. Äh, nix zum bedanken. So. Schön, dass du dich freust. So wollte ich sagen. Gerne geschehen. Servus. Und wer bist du? Mo' Cronin. Äh, hoppala. Du da brauchst ein echtes, handgefertigtes Original-Hickory-Schlagholz. Für? Ich suche nach Arbeit. Kein Interesse. Handeln. Schon suchen. Ja, fragen wir mal. Sie wurde entführt. Gibt es hier jemanden, der mir helfen kann? Äh, hey, immer schön langsam. Wenn die Zeitung mit dem Institut recht hat, dann mische ich mich ganz sicher nicht in die Probleme anderer Leute ein. Schön. Hilf mir bitte. Ich will dir keinen Ärger machen. Sag mir einfach, an wen ich mich wenden kann, dann bin ich weg. Okay, ich helfe dir. Cool. Dieses eine Mal. Geh in die Gasse hinter dem Markt und halt nach den Neonschildern ausschauen. Das ist die Detektei Valentine. Und wenn du schlau bist, hängst du es nicht an die große Glocke, dass du da hingehst. Die meisten Leute mögen den Laden nicht besonders. Okay. Detektei Valentine. Sarkastisch. Ich mache, was ich will. Danke. Valentine. Was stimmt die Leute denn an der Detektei? Hm. Wenn du mich fragst, ist Valentine einer von den Guten. Hat eine Menge Leute gerettet. Aber manche glauben, dass er nur die Aufmerksamkeit des Instituts auf uns lenken wird. Aha, okay. Ich bedanke mich. Ich werde aufpassen. Danke. Ja, ja. Kauf einfach das nächste Mal was, okay? Alles klar. Irgendwann werden wir schon was brauchen können. Gut. Cotswörf ist auch glücklich. Das ist schön. Hier ist wahrscheinlich nur Wohngebiet. Boah, es ist so schiefes Wetter. Bei so einem Wetter wie mir eine Schule gibt es hier auch? Nee. Echt, wa? Muss ich gleich mal reinschauen. Das ist ja toll. Einen kleinen Test. Oh. Aber Mr. Zwicky, wir haben doch erst gestern einen Test geschrieben. Bist du nicht ein bisschen alt für die Schule? Und seitdem haben wir eine Menge gelernt. Dieses Wissen wollen wir jetzt mit einem Test festlegen. Aber ich bin müde. Ich erkenne bei allen unseren kleinen Gelehrten einen hohen Grad an Erschöpfung. Vielleicht kann der Test doch warten? Na gut. Sie haben gewonnen. Oh. Wir machen den Test. Wow. Du bist da groß. Juhu. Wusstest du, dass ein Drummond wegen der Strahlung zwei Kraftfahrt hat? Das stimmt wirklich. Stellen wir einmal ihre Rechenfähigkeiten auf die Probe. Was ist 12 mal 15? Was? Äh. Warum? Ähm. Ein Moment. 12 mal 15. Da haben wir 12. Das sind 10. Ähm. Blatt 1 sind 6. Das sind 180. Haben wir da. 180? 180. Ganz genau. Ja. Ich sehe, Ihre Eltern haben Ihnen den Wert von Bildung vermitteln können. Familie ist wichtig, oder? Diese Liebe, von der die Kinder sprechen, ich glaube, Sie brauchen sie, um lernen zu können. Nicht nur. Liebe, sie brauchen Struktur, sie brauchen Disziplin, sie brauchen Liebe. Auf jeden Fall. Kinder brauchen Liebe. Immer. Ein Kind braucht sämtliche Liebe und Zuneigung, die man ihm geben kann. Oh, bitte. Ich wollte sie nicht durcheinander bringen. Wieso gibt es immer Tränen, wenn ich über diese Dinge spreche? Ich habe noch eine Frage, bevor Sie gehen. Es ist kein Test. Ich, ich habe nun nicht so oft die Gelegenheit, mit Erwachsenen zu sprechen. Diese Liebe, von der ich immer wieder höre, kann man die auch für jemanden empfinden, selbst wenn die Person ganz, ganz anders ist als man selbst? Aber sicher doch. Das kommt ganz darauf an, wie man da miteinander klarkommt und so, ne? Also, wenn es einen trifft, sage ich mal, wenn es funkt, dann funkt es. Wer ist das? Ich weiß nicht. Gib dir keine Mühe. Liebe überwindet alles. Das ist die Wahrheit. Wenn man jemanden liebt, sollte man die Person festhalten. Morgen könnte sie nämlich schon fort sein. Ich, ich danke Ihnen. Sie haben mir geholfen, bei einer wichtigen Sache eine Entscheidung zu treffen. Hoffentlich habe ich da keinen Schmarrn gemacht. Ja, ja. Hallo. Mann, die ist niedlich, ne? Die wäre genau die richtige für Kotzwerf. Schau mal, Dom, ist ein Roboter, der schaut aus wie du und nur in weiß. Na gut, dann gehen wir halt wieder. Ich hätte vielleicht nachbohren sollen, um wen es sich handelt, in denen sie verknallt ist. Aber ich denke mal, das wird der Lehrer sein. So. Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Das Combat Zone würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Combat Zone. Okay. Warum sind hier Pfeile drin? Security. Okay. Lol. Und dann? Schaut sehr Security-mäßig aus. Sicherheitsbüro. Aha. Okay. Ui. Ähm. Ja, ist wurscht. Machen wir da weiter, ne? Viel zu entdecken, es gibt. Es ist halt eine Stadt. Was sollen wir machen? Haha. So. Wow. Hoffentlich können wir da keine aufs Go schütteln. Hallo. Achso. Achso. Ja, keine Ahnung, ne? Grüß eigentlich. Okay, da ist niemand. Ja. Ein kleiner Rat. Sag nie, dass deine Mutter ein Sünd ist. Es sei denn, sie ist wirklich einer. Ist nicht schön, sowas? Aha. Die sind alle ziemlich... Ich sag mal... Rassistisch, ne? Was haben wir hier? Automatisches Sicherheits-Terminal entspüren. Experte, jawohl. Wieder mal Fürst, bitte. Aber hier gibt's eigentlich nichts Interessantes, ne? Okay. Na, fein. Okay, da ist einmal gar nix. Das ist quasi der Häfen hier, also das Gefängnis. In Diamond City, so wie's ausschaut. Ansonsten gibt's hier nix. Gut. Dann schleichen wir uns einfach wieder. Brauchst du was, Plünderer? Nö, bin schon weg. Warum bin ich jetzt ein Plünderer? Frechheit. Ich bin ein anständiger Mensch. Ja? Fürs Protokoll. Okay, hier ist einmal nix. Was haben wir denn da? Boah, so ein schiches Wetter. Ich hätte gern ein warmes Zuhause. Public-Dings. So und so. Äh, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Hallo. Ja, muss denn nicht. Ist vielleicht eh schlauer, so. Begib dich zur... Ja, ach ja, genau. Zum Detektivbüro eigentlich, ne? Detektivbüro sag ich. Detektai. So. Ähm, weg da. Also, irgendwie da lang, so. Ja. Okay, Kotzwürf unterhält sich wieder. Sind wir hier richtig? Alter. Rodriguez. Was ist das hier, wo wir sind? Schaut irgendwie... Huch, komisch aus. Nein, das ist nicht so ganz richtig. Da muss ich nochmal raus. Ich hätte auch gern so eine Wohnung. Da könnte ich mich jetzt reinlegen, ins Bettchen, ins Warme. Da wäre es dann kalt. Boah, das wäre toll. Wo muss ich denn dann... Huch. Oh. Okay. Ja, red weiter. Da hat es eine Sprache verschlagen. Dann muss es scheinbar da hinten. Und... Ah, Detektiv. Mein Gott, ne? Ich sollte mal lesen. Ich glaube, Kotzwürf hat da gute Laune. Dann schauen wir da mal rein. Valentine und so, ne? Habt ihr doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird. Der Weg zur Freiheit. Äh, hallo. Oh, Nick. Nick, was? Ellie Perkins. Ist alles in Ordnung? Die Rechnung. Oh, hab die Rechnung vergessen. Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Warum? Wer bist du? Äh, ich gehe nicht. Tut mir leid. Ich gehe. Es ist wichtig. Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt. Aber es dauert auch nicht lange. Bitte, es ist wichtig. Du verstehst nicht. Unser Detektiv. Er ist weg. Verschwunden. Wie... Wie geht das denn? Müssen wir jetzt den Detektiv finden. Das, ja. Hilfe anbieten. Nicht mein Problem. Sarkastisch. Irgendwelche Hinweise. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich ihn finden kann? Er ist während der Arbeit an einem Fall verschwunden. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt. Und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich habe nicht gesagt, dass das eine Falle ist. Aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür. Wie immer. Skinny Malone. Skinny Malone. Nicht mein Problem. Hilfe anbieten. Geld verlangen? Echt? Ich würde ja gerne helfen. Aber da wäre dieses kleine Problem der Spesen. Geld, was? Ich habe hier 125 Kronkorken für schlechte Zeiten zurückgelegt. Cool. Mehr Geld. Nein, nein. Das passt schon. Skinny Malone. Wer ist dieser Skinny Malone? Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, dass er aus Good Neighbor kommt. Das heißt, er ist einer dieser Gangster im Anzug, aber mit Maschinengewehr. Mhm. Good Neighbor? Nicht mein Problem. Hilfe anbieten. Nee, Good Neighbor. Du meintest, Malone wäre aus Good Neighbor? Er ist eine üble Gegend. Liegt nordöstlich von hier. Die Mächtigen dort interessieren sich nur für zwei Sachen. Mode und Leute erledigen. Sehr schön. Na dann, wir helfen dir. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Verstehe. Der Klassiker, ne? Sozusagen. Na fein. Dann gehen wir wieder, ne? Fremdes Bett. Jawohl. Da können wir nicht drin pennen. Raus da. Na fein. Wohin denn als nächstes? Sei mein Valentine. Oh. Okay. Nächste Quest. Schauen wir mal, dass wir das mal erledigen können. So. Tartan. Der Weg zur Freiheit. Folge dem Freedom Trail. Ähm... Finde eine Valentine Story des Jahrhunderts. Das müssen wir auch noch machen. Das ist nur die Frage, wo wir da hin müssen. Da mal in die Richtung. Ein bisschen. Tap, 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 tap. Ich würde sagen, in die Richtung ein bisschen. Ah, da sind wir sogar sehr gut unterwegs. Das müsste jetzt eigentlich hier sein. Genau. So. Mit Piper sprechen. Hallöchen Piper. Gerne. Blue? Warum Blue? Warum nennst du mich so? Weil du ein Wortbewohner bist? Du trägst zwar gerade nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf dem trockenen Look. Ziemlich eindeutig. Also hör zu. Ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komm ich mit dir mit. Ich pass auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Okay. Das heißt, es gibt mehrere Leute, die 200 Jahre alt sind, so wie wir. Also über 200 Jahre. Oder wie? Soll man das verstehen? Was gehört dazu? Sarkastisch. Nicht jetzt. Interview geben. Was gehört dazu? Was soll das für ein Interview werden? Ich frage dich, wer du bist, was du vom Leben hier draußen hältst und vielleicht noch ein paar knifflige Fragen, um es interessant zu halten. Was meinst du? Na gut, fangen wir an. Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Wort. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Frostig. Was macht das schon? Das war normal. Sarkastisch. Wir waren im Kälteschlaf. Genau. Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Wort. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Der Krieg? Ja. Haben wir. Sarkastisch. Nein. Ja. Wir haben ihn erlebt. Ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott. Die Frau aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen. Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Wie soll das gehen? Lustig, Sachen zu zerstören. Ist scheiße. Gibt mir Hoffnung. Gibt mir Hoffnung eigentlich. Dass auch wenn alles zerstört ist... Möchtest du vielleicht reden? Ja. Dass auch wenn alles zerstört ist, dass man immer noch nach Leibeskräften versucht, sich eine Zukunft aufzubauen. Vielleicht ist es auch ein nötiger Reset für die Menschheit. Ganz ehrlich? Zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut. Das gibt mir Hoffnung. Das ist überraschend inspiriert, Blue. Das Zitat werde ich definitiv nehmen. Ich weiß ja bereits, dass du deinen Sohn Sean suchst. Glaubst du, das Institut steckt hinter seiner Entführung? Das Institut? Ich weiß nicht. Überhaupt nicht. Könnte sein. Es könnte sein. Wir wissen es nicht. Ja, das ist gut möglich. Nicht mal ein Baby ist vor Ihnen sicher. Und die Leute fragen sich, warum ich nicht einfach wegsehen kann. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Leute ignorieren Entführungen. Ein Tag nach dem anderen. Rache nehmen, nicht die Hoffnung verdienen. Pfff. Hm. Zuerst blöd Nachfragen. Die Leute ignorieren Entführungen hier draußen einfach? Ja, Blue. Noch nicht gemerkt? Man wächst im Commonwealth auf und irgendwann wird jemand entführt. Vielleicht nicht jemand, den du kennst. Aber jemand. Und die Leute sagen nur, naja, hätte es schlimmer kommen können, wenn Raider, Supermutanten oder wilde Ghule ihn erwischt hätten. Sie geben einfach auf. Darum möchte ich, dass meine Leser erfahren, was dich zum Weitermachen bewegt. Vielleicht nehmen sie sich ein Beispiel. Und was sagst du? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gerade ein bisschen furchtbar. Wie kann man so etwas sagen? Ich meine, man kennt es doch auch aus Filmen, wenn du da mal entführt wirst. Es gibt auch etliche Leute, die können solche Schauergeschichten ohne weiteres bestätigen, dass die einfach mal Organe oder so entnommen werden oder mit dir Experimente durchgeführt werden. Steh da nicht so mit offenem Mund rum. Sag endlich was. Nicht die Hoffnung. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich hab ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du so weit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ähm. Da ist halt nur die Sache. Ähm. Bist du gut im Kämpfen? Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Tauschen. Tatsächlich, warte. Wir könnten Kotzwerf zurück in die Heimat schicken. Bist du sicher, dass du weiter mit mir reisen willst? Tja, entweder das oder weiter an der Zeitung schreiben. Ich glaube, die Zeitung kann warten. Na dann, warum nicht? Probieren wir es mal, oder? Gehen wir. Wird gemacht. Miss Wright, ich darf darauf vertrauen, dass Sie die Sicherheit meiner Besitzerin über Ihren persönlichen Vorteil stellen, oder? Natürlich, Kotzwerf. Meine Güte. Was für ein Glück, dass diese beiden Dinge Hand in Hand gehen. Dann würde ich sagen, Sanctuary Hills. Ab nach Hause. Ja, bitte. Mach's gut, mein Freund. Und riecht Dogmeat liebe Grüße aus. Fein. Gut. Die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Ja, dann hoffen wir mal, dass du recht hast. So, Sesam, öffne dich, ne? Man kann ja immer wieder seine Verbündeten, sag ich mal, wechseln. Es ist groß, laut, korrupt und voller Arschkrieche. Aber es ist mein Zuhause. Ja, na. Und sein Zuhause, wo auch immer es ist auf der Welt. Will man verteidigen? Ja. Ähm, vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Was hast du denn auf dem Herzen? Was hast du auf dem Herzen? Oh, nur etwas, was ich mir von der sprichwörtlichen Seele reden möchte. Ja, bitte. Ich wollte Ihnen nur sagen, welche Ehre es für mich ist, sie zu begleiten. Sie glauben mir nicht, wie schrecklich die letzten 200 Jahre waren. Na gut. Diese Zerstörung. Und nicht zu wissen, ob es Ihnen und der Familie gut geht. Was für eine Erleichterung, den Eingang unbeschädigt vorzufinden. Hast du es überwunden? Das muss schwer gewesen sein. Wie hast du es überwunden? Zuerst mit Arbeit, mit Beschäftigung, Art und Nachbund, glauben Sie mir, davon gab es reichlich. Schließlich wurde die Arbeit aufwacht. Was mich gerettet hat, waren meine Erinnerungen an Sie, Ihren Mann und den kleinen Sean. Okay. Ihre Liebe und Güte. Ich habe gekämpft, angetrieben von der Hoffnung, dass sie und ihr Mann, dass Sean oder vielleicht seine Kinder eines Tages herauskommen würden. Du bereust es nicht? Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Du bist nicht enttäuscht. Froh, dass du noch da bist. Boah. Du bereust es nicht? Hm. Nein, ich bin froh, dass er da ist. Mann, Sie wissen gar nicht, wie schön es ist, Sie das sagen zu hören. Sie sollten wissen, wie sehr ich Sie als Familie sehe. Für manche bin ich nur ein Roboter, hoffe aber für Sie, näher zu sein. Warum sollte es anders sein? Natürlich, bleib bei der Sache, du gehörst zur Familie. Selbstverständlich, du gehörst zur Familie. Ich bin auch ein Teil der Familie, Kotswörth. Wir werden noch eine Weile auf dieser Welt sein. Zusammen. Sie wissen ja nicht, wie wunderbar es ist, Sie das sagen zu hören. Ich fühle mich wie neu geboren. Naja, genug geplappert. Machen wir weiter, ja? Pass auf dich auf, Kotswörth, ja? Och, er ist so ein lieber Kerl. Ich mag den, ich mag ihn so. Äh, fein. Was gehen wir denn jetzt eigentlich an als nächstes? Wir haben eine neue Begleiterin. Ich möchte ja mal hier und da ein bisschen die Leute kennenlernen. Auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Hm, sei mein Valentine. Feuerunterstützung, sonstiges. Ich würde schon fast meinen, finden, versuchen wir mal... Der Weg zur Freiheit. Freedom Tale vielleicht. Wenn ich das Institut bekämpfen will, sollte ich die Railroad finden. Hat man mir gesagt, der einzige Hinweis, den ich dabei... Den ich habe, ist, folge dem Weg der Freiheit. Dieser Touristenpfad beginnt im Postenkommen. Okay. Würde ich sagen, machen wir das mal zuerst weiter. Hey! Du hast aber ein hübsches Kleid. Erschießt du Leute, Lady? Mein Papa sagt, dass fremde Leute erschießen. Ja, es kommt ganz drauf an. Wenn es Arschlöcher sind, dann müssen sie weg. Also in dieser Welt hier, ne? Wenn sie wirklich nur Böses wollen... Swans-Deich. Ich habe zuerst Sandwich-Deich gelesen. Ha! Swans-Deich. Sehr schön. Äh, ich werde mich hierhin... Oh... Ja, ich baut mich hierhin. Ich hoffe nur, wir begegnen keine grauslichen Viecher. Ach. Ja, ja. So ist das. Und der Part ist ja auch gleich wieder zu Ende. Und so wie es ausschaut und Level-Up kriegen wir auch beim nächsten Part zusammen. Das ist schön, 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 schön. Schön, schön, schön. Oh ja. Ba, 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 ba. Sehr gut. Es ist zacken, duster. Schlimm. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ähm, hallo? Darüber, oder? Mhm, darüber. Okay. Dann gehen wir mal los. So. Aufgeladen ist alles. Passt. Dam, didam. Wer liegt denn hier rum? Ein Siedler. Oh nein. Mein Beider ist komponiert. Hui. Also da wäre ich jetzt wieder gestorben, ne? Super. Echt Daumen hoch. Schön ist, dass ich das gerade so noch gesehen habe. Puh. Wer ist denn da oben? Super Mutant. Ich mag nicht. Puh. Das ist natürlich schlecht. Aber wir müssen da rüber, ne? Das geht gar nicht anders. Doch, wir könnten da rauf und da rüber. Warte mal. Huch. Na, wie geht denn das? So. Also da rauf. Boah. Ich weiß jetzt schon, dass ich sterben werde. Mehr als einmal. Dann nehmen wir die Nuka Cola raus. Wir müssen dann... Ernsthaft, wegen dem Bissl bin ich jetzt überladen. Dein Ernst. Ach, du Heilige. Tatsächlich. Tja. Lol, oder? Du, ich brauche dich kurz. Hey. Was gibt's denn zu tun? Warte da. Position halten. Bleib da. Okay. Ich bin dann hier. Schau dich um. Nein, du sollst mitgehen. Äh, ja. Du kriegst... Synetische Wahrheit. Jawohl. Du kriegst... Äh, warte mal. Rüstungsteile, wenn wir wieder was haben. Und Waffen. Da. Boah. Wir haben vier Pistolen schon. Ich würde sagen, die kannst du ja auch haben. So. Leuchtfackel, Leuchtpistole, Machete. Was hätten wir denn noch im Angebot? Schrottpatronen. Nix. Super. Na, großartig. So. Lauf, 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 lauf. Jetzt sind wir da. So. Wohin jetzt? Wir müssen geradeaus. Ein Stückchen. Also hier lang. Tap, 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 tap. Boah, ne? Hoffentlich... ...ist hier des Nachts nicht was Gott was unterwegs, ne? Ich sollte vielleicht speichern. Ich habe ein ungutes Gefühl. So, wir müssen noch ein... Nein, wir müssen da schon rein, so wie es ausschaut. Ja. Das war so klar. Mutanten Arschloch. Stippek. Und wo ist sie? Begleiterin und so? Äh... Begleiterin und so? So. Wir sterben. Na? Hopp, 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 hopp. Boah, ey. Und wo ist meine Begleiterin? Tod oder was? Na, wo bist denn du grausiges Viech? Alter. Stirb's jetzt mal weg oder so? Perfekt, der erste ist hin. Und wo ist sie? Oh. Ja, das war klar. Ich wollte gerade weghüpfen, ne? Ja, der Part ist eh schon zu Ende, ne? Alter Schwere. Das wird ein hartes Stück, aber da durchzukommen, ne? Wartet mal, es lädt gerade. So, jetzt aber. Na gut. Na, supi. Also dann, ihr Lieben. Ha. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.